Die Schneider Eisengussplatte Die Eisengussplatten sind erhältlich in den Durchmessern von 38, 45, 55 und 65 cm. Die Gusseisenplatten sind wendbar. Somit kann man auf der einen gerippten Seite zum Beispiel Steaks, Würstchen und Frikadellen grillen und die andere glatte Seite wie eine Pfanne verwenden. In der Gastronomie greift man schon immer auf Gusseisen zurück. Diese haben eine gute Wärmeleitfähigkeit und besitzen auch keine kurzlebige und schädliche Kunststoffbeschichtung wie zum Beispiel herkömmliche Pfannen. Mit der Zeit bildet sich bei dem Gebrauch eine Patina, die das Ankleben beim Braten und das Rosten verhindert.